Hey, wieder herzlich willkommen im Crater-Side-Lagerraum. Genau das wollte ich sagen. Hallo Moira. Hey, ich habe gehört, Sie kommen aus der Vault. Ich habe schon seit Jahren keinen mehr aus der Vault zu Gesicht bekommen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Moira Brown. Ich leite den Crater-Side-Lagerraum, aber meistens bastle und forsche ich. Hören Sie, ich arbeite an einem Buch über das Ödland. Es wäre toll, wenn es ein Vorwort von einem Vault-Bewohner hätte. Würden Sie mir dabei helfen? Klar, ich habe viel zu erzählen über das Leben in der Vault. Prima, erzählen Sie mir, wie es ist, immer unter der Erde zu leben, zum ersten Mal nach oben zu kommen oder was auch immer Sie erzählen wollen. Es war das Paradies. Keine Angst, keine Sorgen, kein Streit. Bis Papa weg war. Ein Papa, der abgehauen ist, was? Von der Sorte habe ich schon viele gesehen, aber noch keine mit einem großen 101 auf dem Rücken. Viel Glück bei Ihrer Suche. Vielleicht wird Ihnen der gepanzerte Vault-Anzug da draußen helfen. Was meinen Sie? Das würde gut ins Buch passen. Wollen Sie mir bei der Recherche helfen? Ich kann sie auch bezahlen. Los, das wird sicher lustig. Ja! Oh, wir haben einen gepanzerten Vault 101 Euro bekommen. Danke sehr. Wir kennen es ja fast gar nicht, aber die schenken mir schon was. Cool. Was ist das für ein Buch, an dem Sie arbeiten? Na ja, das Ödland da draußen ist ein gefährliches Pflaster. Stimmt's? Die Leute könnten Tipps gebrauchen. Sowas wie ein Ödland-Überlebenshandbuch. Darum brauche ich einen Assistenten, der meine Theorien testet. Ich will keine Verletzungen durch Fehler. Das bringt keinem was. Nein, dann schreien Sie mich dauernd nur an und sagen ganz, ganz böse Dinge zu mir. Hört sich nach einer guten Idee an. Ich helfe gerne. Was für ein Enthusiasmus. Also gut. Ich denke, das erste Kapitel sollte sich mit dem Überleben angesichts der tagtäglich lauernden Gefahren befassen. Es geht um verschiedene Themen. Wie und wo es Essen gibt, die Gefahren der Strahlung und wie man Landminen vermeiden oder sogar nutzen kann. Oh, das klingt nach Spaß, oder? Was kommt als erstes dran? Äh, Essen holen klingt nicht schlecht. Essen holen klingt nicht schlecht. Was brauchen Sie denn? Na ja, Lebensmittel und Medikamente braucht jeder an und wann. Richtig? Das A und O bei der Sache ist ein Ort, wo man sie leicht findet. Nicht weit von hier ist ein alter Super-Duper-Markt. Ich muss wissen, ob es an einem solchen Ort noch Arzneien und Lebensmittel gibt. Okay, ich sehe im Super-Duper-Markt nach. Super! Lebensmittel sind das Wichtigste. Aber Medikamente wären auch nicht schlecht. Und wenn Sie nichts finden, kommen Sie zumindest heil zurück. Okay? Äh, da haben wir noch gar nichts gemacht. War daran gedacht, die Bombe zu entschärfen? Hm? Das kann ich nicht tun. Für die netten Leute in der Kirche wäre das eine riesige Enttäuschung. Außerdem ist es ja nicht so, dass diese Bombe schon mal jemanden verletzt hätte. Leben und leben lassen. Richtig? Richtig. Kann ich Sie etwas über Ihren Job und den Sinn meiner Recherchen fragen? Fragen sind immer willkommen. Ich bin wie ein offenes Buch. Was wollen Sie denn wissen? Warum können Sie diese Nachforschung nicht selbst anstellen? Ach, ich habe nicht annähernd die Wüstenerfahrung, die Sie haben. Wenn ich auch nur die Hälfte dieser Dinge versuchen würde, gäbe es mich nicht mehr. Ja. Sie machen wenigstens den Eindruck, als könnten Sie da draußen bestehen. Ich kann nur gute Ideen schmieden und mit Schrott für die Karawanen handeln. Ähm, ich bin gerade mal eine halbe Stunde außer Wald. Ähm, es ist wirklich nett von Ihnen, dass Sie den Leuten so helfen. Nun, ich dachte, statt nur mit altem Schrott in Karawanen zu helfen, könnte ich meinen brillanten Geist doch für das Wohl aller einsetzen. Und mit meinem Geist und Ihrer Erfahrung wird dieses Handbuch ein Dutzend mehr Leben retten, als diese habgierigen Kaufleute es jemals tun werden. Nun, ich bin stolz, mit von der Partie zu sein. Sie können auch mich zählen. Weiter so, mein treuer wissenschaftlicher Assistent. Ähm, äh, ähm... Verkaufen Sie hier irgendwelche speziellen Gegenstände? Ich habe die Baupläne für einen sogenannten Rocketwerfer. Ich verkaufe auch alle Komponenten. Sie können die Waffe also selbst bauen. Keine Sorge wegen der Munition. Dieses Baby verschießt jeden Schrott, den Sie im Ödland finden. Aschenbecher, Teddybären, was auch immer. Wenn Sie jemals spezielle Waffen bauen möchten, können Sie gerne meine Werkbank hier im Laden benutzen. Sie brauchen nur die Baupläne und Teile. Okay. Sehen wir doch mal, was es so im Angebot gibt. Schauen Sie ruhig. Jawoll, gucken wir doch mal. Aber erst mal werden wir mal unseren Kram los. Waffen, da lassen wir doch mal das Messer nehmen. Dafür hast wir mal ein Messer. Baseballschläger, die 7, 5, 5. Besser und Polizeiknöpfe kann weg. Die anderen Waffen lassen wir einfach mal. Der gepanzerte Overworld hat eine Schutzvorrichtung 12. Ich habe gerade was mit einer 8 an. Die 8 kommt weg und wird verkauft. Tunnel, 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 Tunnelschlangenoutfit, mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Tunnelschlangenoutfit wird auch verkauft. Getönte Lesebrille, getönte Lesebrille, das ist eigentlich viel geiler als diese Brille. Nehmen wir die nochmal. Sieht einfach cool aus. Getönt, hallo, getönt. Wort an 1 Overworld, nehmen wir auch mal weg. 12, Overworld, 8. Ja, das Beste haben wir behalten. Bei der Hilfe weiß ich nicht so ganz. TP heißt irgendwie, heißt auf jeden Fall, dass wir damit Lebenspunkte bekommen. Also bei Effekten steht auch immer. Zum Beispiel jetzt hier, Radaktivität plus 2, TP plus 5, TP. Ich weiß gar nicht, wofür TP jetzt genau steht. Aber auf jeden Fall heißt es, dass wir Lebenspunkte mitbekommen. Das will ich behalten. Bier hat nix. Ein bisschen Charisma, ein bisschen Stärke mit. Aber trotzdem, wir verkaufen das alles mal. Die erste Bier. Blutpaket. Bremen Steak, Buff Out. Bringt wahrscheinlich kurz mal was. Eigentlich höre ich immer ein Stil. Instant Püree lassen wir auch mal. Jet. Verkauf ich mal. Medix, Schadenresistenz plus 25. Lass ich, ich lasse aber sonst. Nuka-Cola, Quantum, Radaktivität plus 9. Verkaufen wir auch mal. Medix, Strahlenresistenz plus 58. Scotch und der Wein wird auch verkauft. Alkohol und Zigaretten werden für mich von mir nur eingesammelt, um sie zu verkaufen. An den Lunchbox. Hier hast du noch ein paar Zigaretten. Ich hoffe, du raust. Munition. Oh, Munition. Wiegt nichts. Nehme ich also alles mit. Gut. 182 Kronkorken. Akzeptieren. Wir sind 182 Kronkorken reicher. Sie hat mehr Schrott. Gute Jagd. Dankeschön. Können Sie mal eine Ausrüstung reparieren? Wenn Sie die Kronkorken haben, kann ich das sicher tun. Obwohl Munitionen... Na, noch habe ich nicht alle Waffen. Also noch habe ich wenige Waffen. Ich möchte erstmal ein paar Waffen sammeln und gucken, was ich eigentlich so benutzen möchte, bevor ich die Verkaufe. Bevor ich die Munition dazu verkaufe. Erstmal Munition haben, dass wenn ich eine Waffe bekomme, ich die Munition auch gleich für diese Waffe habe. Versteht ihr? Wenn nicht, habe ich euch jetzt gerade umsonst die Ohren vorgesäuselt. Reparieren. Alles reparieren. 44. Ach komm, machen wir doch mal, ne? Zack, Dankeschön. Vielen Dank. Ich muss jetzt los. Sterben Sie mir nicht. Nein, das ist doch nicht. Ich könnte auch Munition kaufen, ne? Habe ich genug Munition? Habe ich geguckt? Äh, Munition. 21 Schuss, 89 Schuss. 5 mm. Was? Ach komm, was soll er? Was soll das eigentlich? Munition. Das Luftgewehr, Pfeile. Wir verkaufen mal die Pfeile. Und die 5 mm Schuss, die brauchen wir nicht. Die 44er Schuss auch. Das ist auch so wenig, ne? Ach komm. Moira. Moira. Wie lief die Plünderung? Haben Sie die Lebensmittel und Arzneien aus dem Super-Duper-Maut? Ich muss erst noch... Ich werde mich darum kümmern, wenn ich Zeit dafür habe, okay? Nein, das geht nicht. Jeder Tag, an dem Sie mir bei dieser Forschung nicht helfen, ist ein weiterer Tag, an dem Menschen sterben könnten. Moira, wir haben... In der Forschung kann ich nichts schreiben, sonst befolgen die Leute falsche Ratschläge und sterben erst recht. Machen Sie sich an die Arbeit. Moira. Ich bin doch nicht mehr aus dem Haus. Na klar doch. So, ich verkaufe jetzt die Munition, die ich nicht brauche. So. Ich habe mich jetzt doch dagegen entschieden, weil ich mir denke, es bringt Geld und ich kann mir die Munition, die ich brauche, kaufen. Zack. Brauche ich nicht. Ey. Was brauche ich eigentlich? Die 32er, 10 mm und Luftgewehr. Okay. 32er, 10 mm und Luftgewehr. Den Rest kann ich ja verkaufen. Das nicht, weil irgendwie... Ich weiß, das Sturmgewehr, das wir später noch bekommen werden, hat eine 5,56 mm Schuss-Munition. Und da ist es mit der Munition immer ein bisschen knapp gewesen. Darum möchte ich die schon ganz gerne mal behalten. So. Du gehst mir noch... Was hast du sonst noch für... Hast du irgendwas für mich? 10 mm. Ist noch gut. Das reicht mir. Und ach nee, 32er Schuss, bitte nochmal. So, dankeschön. Dankeschön. Passen Sie gut auf sich auf. Das Ödland ist groß, aber das wissen Sie ja sicher besser als ich, stimmt's? Nein. Nein. Das weiß ich nicht. Ich bin gerade... Ich bin erst gestern aus der Vault gekommen. Herrgott nochmal. Ja, ich muss selber mal erstmal gucken, wie ich das Spiel hier... Ach, Nathan. Ich muss selber erstmal gucken, wie ich das Spiel hier genau spiele. Erst habe ich mir gedacht, gut, behalte doch erstmal die ganze Munition, damit du die Munition halt hast. So, wie ich es eben erklärt habe. Aber... Eigentlich Quatsch. Komm, verkauf das, was du nicht brauchst und werte das auf, was du hast. Das mit dem Sturmgewehr, da habe ich jetzt mal eine Ausnahme gemacht, weil da was, was ich aus früheren Spielen... Gott schütze die USA und nichts anderes. Jawoll. Willst du hier auf Toilette gehen, ne? Aufs Gemeinschaftsklo. Schön. Viel Spaß, Nathan. Wünsche dir viel Spaß. Sei immer was für die USA ab. Gut. Hier sind wir bei Moriarty Salud. Und vielleicht kann er uns sagen... ...wo sie unser Papa befindet. Hallo Nova. Ich suche meinen Vater. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Ja, an den erinnere ich mich. Ich habe gesehen, wie er mit Moriarty gesprochen hat. Gut aussehende Männer wie diesen vergisst man nicht so schnell. Ah, meine Fähigkeit als Ladykiller. Gib mir diese Option. Süße. Ich hätte gerne mehr Zeit für dich, aber ich muss meinen Vater finden. Ich würde auch gern Zeit mit dir verbringen. Hm. 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 Pass auf, ich kann dir helfen. Geh da hinten ins Büro. Moriarty hat da ein Terminal. Alles, was du suchst, befindet sich dort. Hier ist das Kennwort. Schade, dass du so jung bist. Ich könnte dir Sachen beibringen, die du niemals vergessen würdest. Ich bin volljährig. Ähm, wie viel kostet denn ein Zimmer? Nur mal so aus reiner Interesse halber. Weil ich, ich würde das nie machen, aber, einfach nur um zu wissen, wie viel kostet denn ein Zimmer? Hm. Für dich? Ein Zimmer und etwas Gesellschaft für 120 Kronkorken. Im Voraus. Was? Was? Nein, danke. Na gut. Was hat es mit diesem Ghoul auf sich? Redest du von Gorb? Wenn man mal sein Aussehen außer Acht lässt, ist er ein echter Schatz. Colin ist allerdings sehr sauer auf ihn. Wo ist er hergekommen? Er spricht nicht viel darüber, aber anscheinend gibt's irgendwo unten in DC eine ganze Stadt voller Guhle. Er hat seine Mutter ein paar Mal erwähnt, aber mehr ist nicht aus ihm rauszukriegen. Er ist jetzt seit, ähm, ungefähr 15 Jahren hier, seitdem Moriarty ihn diesen Sklavenhändern abgekauft hat. Hast du jemals, äh, mit ihm gearbeitet? Ob ich auch mit Gorb zu tun hab? Ach, er ist sehr nett und ich weiß, dass er gerne, naja, ich will ja nicht umgehen. Oberflächlich klingen oder so, ich meine, ich bin eine Hure. Meine Ansprüche sind nicht gerade hoch. Also, es gibt Leute, mit denen nicht mal ich mich einlassen würde. Typen, die matschiger sind als ich, gehören dazu. Wieso ist Moriarty so streng mit ihm? Tja, keiner von uns mag den verdammten Bastard. Aber mit Gorb springt er am miesesten um. Wahrscheinlich nur, weil er anders ist. Äh, reden wir über etwas anderes. Kein Problem, Baby. Was hast du auf dem Herzen? Nicht nur auf dem Herzen, ich habe, ähm, was muss ich denn machen, um dich zu, was muss ich denn machen, um dich zu buchen, hm? Du musst dein Zimmer mieten. Dort kannst du schlafen oder nicht, ist mir egal. Ich werde sowieso bezahlt. Ein bisschen mehr Emotionen wären schön. Was hattest du über den Radiosender gesagt? Was? Ach, du meinst, warum Gorb auf das Radio eingeschlagen hat? Nun ja, hier in der Wüste gibt es zwei aktive Radiosender. Zum einen ist da der Radiosender der Enklave. Keine Ahnung, wer dahinter steckt, aber hört sich an wie eine aufgezeichnete Vorkriegssendung. Außerdem gibt's das Galaxy News Radio. Ein Typ namens Three Dog betreibt es irgendwo in DC. Aber seit kurzem ist das Signal nicht mehr da. Was ist eigentlich Galaxy News Radio? Machst du Witze? Ah, du kommst wohl aus dieser Vault. Okay. Es ist der einzige freie Radiosender des Ödlands. Der Betreiber, Three Dog, scheint der einzige zu sein, dem das alles am Arsch vorbeigeht. Er redet ständig über den guten Kampf oder so. Ist aber besser als der Mist der anderen Sender. Ich muss jetzt los. Pass auf dich auf, Schatz. Jawohl. Na los. Moment. Ist das... Hallo. Verdammt. Hallo Megaton-Siegler. Verdammt. Hallo Gob. Hey, Glatout. Brauchen Sie was? Vielleicht ein Drink? Was anderes? Irgendwas? Gut, lass mich einen Moment darüber nachdenken. Moment mal. Sie werden mich nicht schlagen? Mich anbrüllen? Noch nicht mal ein bisschen beschimpfen? Äh, das hatte ich eigentlich nicht vor, nein. Ach nee, was für eine Überraschung. Ich bin's gewöhnt, von jeder verdammten Glatthaut dieser Stadt verarscht zu werden, weil ich wie eine Leiche aussehe. Freut mich zu sehen, dass es hier auch noch ein paar interessante Leute gibt. Hören Sie zu. Moriarty würde mir den Kopf abreißen, wenn er mich mit Billigpreisen erwischen würde. Aber für Sie riskiere ich's. Oh ja, an so jemanden erinnere ich mich. Ehrlich gesagt halte ich mich normalerweise im Hintergrund. Bekomme häufig eins drauf, wenn ich Kunden anschlache. Aber sprechen Sie mal mit Moriarty. Gott, bitte. Wenn du irgendetwas über meinen Vater weißt, sag es mir. Tut mir leid, Glatthaut. Das Risiko kann ich nicht auf mich nehmen. Moriarty schlägt mich tot, wenn ich auch nur mit Ihnen rede. Äh, aber du hast... Okay, alles klar. Gut. Was wolltest du denn? Du winkst die ganze Zeit. Gerade als ich schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte. Freut mich wirklich, Sie kennenzulernen. Ich bin Mr. Burke. Und Sie? Na ja, Sie sind kein Bewohner dieser fauligen Jauchegrube. Das lässt Ihren Marktwert steigen. Mr. Burke, nicht wahr? Nur weiter, ich bin... entzückt. Endlich jemand, der seine Bürgerpflicht ernst nimmt und einen gesunden Menschenverstand besitzt. Ich vertrete bestimmte Interessengruppen. Und diese Interessengruppen sehen diese Stadt Megaton als Pestbeule in der urbanen Landschaft. Sie haben hier keinerlei Wurzeln. Kein Interesse am Schicksal dieser Jauchegrube. Helfen Sie uns, den kleinen Schandfleck von der Charta zu entfernen. Hm, nur zu, ich bin ganz ohr. Die nicht detonierte Atombombe, die dieser Stadt ihren Namen gab, kann immer noch hochgehen. Man muss ihr nur einen kleinen Schubs geben. Ich habe eine Fusionsimpulsladung, die nur einem einzigen Zweck dient. Der Explosion dieser Bombe. Sie bringen die Ladung an der Bombe an, dann erhalten Sie die großzügige Bezahlung. Was meinen Sie? Megaton steht unter meinem Schutz. Und jetzt gehen Sie. Quatsch, das ist ein bisschen übertrieben. Simms will, dass ich die Bombe entschärfe. Simms ist ein Idiot. Er ist stolz auf seine Position als Bürgermeister und Sheriff dieses Schrottplatzes. Hab Simms versprochen, sie zu entschärfen. Aber für ein paar Krungen und Orken extra... Das war alles? Das beeindruckt mich leider gar nicht. Gut, sagen wir, ich helfe Ihnen. Was springt für mich dabei raus? Sie meinen, was Sie außer der Genugtuung bekommen, der Welt einen Gefallen getan zu haben, indem Sie diese abscheuliche Stadt ausradieren. Nun, Sie würden sehr großzügig belohnt werden. Mein Arbeitgeber ist nicht geizig. Wenn Sie Kronkorken und Luxus wollen, kein Problem. Megaton steht unter meinem Schutz. Und jetzt gehen Sie. Oh, verstehe. Ich wusste nicht, dass es in Megaton außer dem unerschrockenen Sheriff noch andere Wächter gibt. Gut, dann gehe ich mal besser. Das alles andere kostet was. Jawohl. Hab ich Ihnen nicht genau gezeigt. Lucy! Ich hab deinen Brief... Ja, ich hab deinen Brief noch nicht weggeschickt. Bin noch hier. Ich hab noch einen anderen Auftrag aufgenommen. Billy Queer! Billy Queer! Hast du ein Problem? Super Tag heute, was? Und ich glaub in... Oh nein, ich glaub die ganze Zeit in Unterwäsche rum. Ähm, ich nehme mal den gepanzerten Overboard und die getönte Sonnenbrille. Das sollte eigentlich jetzt besser aussehen, oder? Ja, es sieht besser aus. Ja, ich hab die ganze Zeit in Unterwäsche rumgelaufen. Verdammte Axt! Jemand Neues? Sehr erfreut. Ich bin Billy Queer. Oder einfach Billy. Ich weiß, dass Megaton eher einem Friedhof gleicht als einer Stadt. Aber ganz übel ist es hier nicht. Ich und Maggie etwa. Wir kommen blendend zurecht. Ich handel mit dem Zeug, das ich sammle. Und sie hilft mir auf der rechten Bahn zu bleiben. Ähm, wer ist Maggie? Oh, tut mir leid. Da hab ich mich wohl selbst übertroffen, was? Maggie ist neun. Und ein süßes kleines Mädchen. Wir sorgen füreinander. Wenn ich eine Tochter hätte, sollte sie wie Maggie sein. Ich kümmere mich um sie, seitdem ihre Eltern vor zwei Jahren von Raiders ermordet wurden. Es war ziemlich schrecklich. Kleine Siedlung im Norden. Ich wollte dort handeln. Von dem Ort war nicht mehr viel übrig. Ich fand Maggie in ihrem Versteck hinter einem Bett. In dem Zimmer, in dem ihre Eltern getötet worden waren. Seitdem ist sie bei mir. Wissen Sie etwas über den Bereich außerhalb von Megaton? Ich weiß nur, dass ich zu viel Zeit da draußen verbracht habe. Mehr werde ich dazu nicht sagen. Und was können Sie mir über Megaton sagen? Megaton ist die beste Kleinstadt im ganzen Ödland der Hauptstadt. Lassen Sie sich nichts anderes erzählen. Starke Mauern, starke Leute und starker Schnaps. Wir haben alles, was man heutzutage zum Leben braucht. Und was machen Sie hier? Ich? Ich handel mit den Karawanenhändlern. Ich war mal mit diesen Leuten unterwegs. Darum machen sie mir gute Angebote. Auch die Stadt wird versorgt. Aber vor allem kümmere ich mich um Maggie. Klar, sie ist eigentlich alt genug, dass Billy ihr nicht ständig über die Schulter sehen muss. Reelt Billy von sich in der dritten Person, ja? Was gibt's Neues in der Stadt? Man sagt, dass irgendwas mit dem Wasseraufbereiter nicht in Ordnung ist. Aber der alte Walter hält das Ding schon seit Jahrzehnten am Laufen. Ich mach mir keine Sorgen. Warum sollte das Ding ausgerechnet jetzt endgültig kaputt gehen? Ja, das klingt doch nach einer Aufgabe. Ich muss jetzt los. Bis später. So. Jetzt bin ich wieder angezogen, Baby. Ja. Und wir sind jetzt auf der Suche nach Hallo Gob. Das muss er doch sein. Ja, was zur Hölle ist denn? Colin Moriarty. Du weißt, wo mein Vater ist. Colin Moriarty. Zu Ihren Diensten. Willkommen im Moriartys. Meine Kneipe, mein Zuhause, mein kleines Stückchen Himmel in dieser verdammten Stadt. Wenn Sie die Kronkorken haben, sorge ich dafür, dass Sie Spaß haben. Setzen Sie sich. Machen Sie sich's bequem. Ihre Sorgen sind jetzt Vergangenheit. Ich suche meinen Vater, er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Mein Gott, Sie sind's. Der kleine Junge ist erwachsen. Und immer noch irgendwie ein kleines, hartnäckiges Schlitzohr. Es ist lange her, Kleiner. Ach, der war da. Ja, und auch gleich wieder weg. Bekam, was er wollte und machte sich aus dem Staub. Ich nehme an, Sie werden dasselbe tun, richtig? Rie, mein Vater und ich wurden in Ward 101 geboren. Hat Ihnen das Ihr Vater erzählt, dass Sie in diesem Loch geboren wurden? Dass auch er dort geboren wurde? Ja, ja, die Lügen, die wir unseren Lieben erzählen. Ihr Vater brachte Sie gleich nach Ihrer Geburt, Sir Ward, damit Sie sicher sind. Kann mich noch gut erinnern, denn Sie haben in meinem Saloon gelebt. Ja, Ihr Vater, sein Freund aus der Bruderschaft und Sie, der Säugling ohne Mutterbrust, stammen aus der Ward. Das mit Ihrer Mutter tut mir echt leid. Aber das Leben geht weiter. Papa hat gelogen. Das Leben ist voller kleiner Enttäuschungen. Und jetzt sind Sie erwachsen und fragen sich, wo er ist. Mein Vater hat mir erzählt, dass wir in Ward 101 geboren wurden. Ah, verstehe. Na ja, ich habe von der Gehirnwäsche gehört, mit der da unten gearbeitet wird. Von einem Kerl, der vor... ...fünf Jahren geflohen ist. Gegrüßt sei der Aufseher. Wir kommen in der Ward zur Welt und wir sterben in der Ward. Und der ganze Wahnsinn eben. Ne bessere Programmierung als unser Deputy Ward. Also schön aufpassen. Sowas wird schnell ausgenutzt. War nur Spaß. Papa hat ständig von Ihnen gesprochen. Wo ist er denn? Da lügen wir mal. Wenn jemand bei mir einen guten Eindruck hinterlässt, lege ich gern die Karten auf den Tisch. Ihr Papa war hier und jetzt ist er es nicht mehr. Und ich weiß, wo er hin ist. Aber Sie verlangen da Infos. Und Infos sind Handelsware. Und wie bei allen Handelswaren gibt es einen vernünftigen Marktpreis. Aber was ist vernünftig? Sagen wir 100 Kronkorken. Und Sie wissen, wo Papa ist. Ich habe keine 100 Kronkorken. In Ordnung. Dann haben wir uns wohl nichts mehr zu sagen. Kommen Sie wieder, wenn Sie genug Kronkorken haben. Dann können wir reden. Alter. Ich habe zwar 100 Kronkorken, aber sitzt da nicht so dicht am Bildschirm. Da kriegst du viereckige Augen. Aber ich will Ihnen keine 100 Kronkorken geben. Vor allem, weil wir auch noch das Kennwort haben. Womit wir wahrscheinlich diesen Terminal hier bearbeiten können. Moriati ist nicht leicht. Und jetzt werden wir gleich mal sehen. Mist. Ich dachte, er geht aus dem Zimmer. Sonst hätten wir nämlich gleich den Terminal anfassen können. Ich werde mal... Werden wir uns dem Terminal widmen? Oder werden wir nochmal Moriati versuchen zu knacken? Das werde ich beim nächsten Part versuchen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.